Hallo, Thema Nummer 2, der Eisentransport ins Meer, nachzulesen auf den Seiten 17 und 60.9 bis 70.6. Wir fangen wie immer mit unseren Stichpunkten an, warum brauchen Pflanzen eigentlich Eisen, zum Beispiel zur Chlorophyllherstellung, zum Sauerstofftransport, wie Menschen auch, und auch zur Nahrungsaufnahme. Warum aber jetzt gerade Eisen? Naja, es gab halt früher im Meer viel Fe2 plus Eisen-Ionen. Fe2 ist Eisen, oder Fe ist Eisen. Aber wenn es jetzt so viel Eisen im Meer gab, wo ist denn jetzt das Problem? Naja, das Problem ist, dass Fe2-Ionen nur deswegen im Meer sein konnten, weil es keinen Sauerstoff gab. Und Pflanzen haben sich leider entwickelt, Sauerstoff erzeugt, und dafür gesorgt, dass die Fe2 plus Ionen oxidieren zu Fe3 plus Ionen. Die verklumpen dann irgendwann und sinken auf den Meeresboden. Und was ist das Problem, wenn die jetzt auf dem Meeresboden sind, sind die ja immer noch da? Naja, die sind, Fe3 plus Verbindungen oder Ionen sind zu groß, um aufgenommen zu werden von den Zellen. Und Problem Nummer 2 ist, am Meeresboden, dahin, wo sie abgesunken sind, ist auch gar kein Licht. Das heißt, eine Pflanze kann da überhaupt nicht leben. Und wie soll jetzt uns der Humus helfen? Humus bindet Eisen so, dass es sich wie Fe2 plus Ionen verhält. Der Wind, der trägt kleine Humuspartikel aufs offene Meer und dann können die Pflanzen das vom Humus gebundene Eisen aufnehmen. So, das war die Kurzversion, lasst uns mal in die Details gehen. Also, warum brauchen Pflanzen eigentlich Eisen? Zur Chlorophyllherstellung, zum Sauerstofftransport und zur Nahrungsaufnahme. Das mit der Nahrungsaufnahme ist ganz wichtig, ganz interessant. Das bedeutet, egal wie viele Nährstoffe da sind, wenn kein Eisen da ist, dann kann diese Nahrung gar nicht aufgenommen werden. Das ist ungefähr so wie mit einer Konservendose, die du auch nicht aufkriegst, wenn du keinen Dosenöffner hast. Okay, die neuen schon, aber früher ging das nicht. Das heißt, da steht quasi Essen vor dir, aber du kannst es einfach, kommst nicht dran. Und genau so geht es denen auch. Aber wenn das Eisen so ein Problem ist, warum denn jetzt gerade Eisen? Na ja, als sich das Leben entwickelt hat damals, gab es sehr viele Fe2-Plus-Ionen im Meer. Die sind da in gelöster Form rumgeschwommen, waren relativ leicht und deswegen konnten sie halt ja rumschwimmen. Das ging allerdings nur deswegen, weil es damals noch keinen Sauerstoff im Meer gab. So, aber jetzt haben wir ja so viele Fe2-Plus-Ionen hier im Meer. Wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist, irgendwann haben sich leider Pflanzen, genauer genommen Blaualgen gebildet. Und ich weiß nicht genau, wie die aussehen. Ich habe es jetzt mal so dargestellt. Und die haben natürlich, natürlich, auf jeden Fall haben sie Sauerstoff produziert. Der Sauerstoff hat dann dafür gesorgt, dass sie Fe2-Plus-Ionen oxidieren und zu Fe3-Plus-Ionen werden. Und es steht im Buch nicht genau beschrieben. Da steht nur sowas von, die verklumpen dann, werden irgendwie größer und sind dann einfach zu schwer, um noch im Meer zu schwimmen. Und sinken dann leider auf den Boden und bilden da dann über die Jahre sowas wie Eisenerz oder sowas. Kann man jetzt nicht einfach den Boden aufwirbeln, sodass diese Fe3-Plus-Ionen wieder ins Meer kommen, nach oben und dann wieder aufgenommen werden. Wir haben dann noch ein zweites Problem. Wir haben hier, wir haben hier mal eine Pflanzenzelle. Wir haben hier den Zellkern und da ist so ein Loch drin. Das Loch ist für den Eisen, für die Eisenaufnahme. Und jetzt haben wir so ein Fe3-Plus, eine Fe3-Plus-Verbindung, nenne ich sie mal. Und jetzt geht das zu diesem Loch hin und wir stellen fest, naja, das ist ein bisschen zu groß dafür. Das Problem ist, dieses Loch lässt maximal 0,4 Mikrometer hier durch. Und diese Fe3-Plus-Verbindung ist leider größer als 0,4 Mikrometer und deswegen kann das Eisen nicht von der Pflanze aufgenommen werden, selbst wenn es da wäre. Deswegen bringt es auch nichts, einfach nur den Boden aufzuwirbeln. Und wie soll jetzt Humus bei der ganzen Sache helfen? Wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Wir haben hier einen Baum und da fallen irgendwann mal Blätter runter. Und ja, die landen auf dem Boden, verbrauchen da ein bisschen Zeit und dann vertrocknen sie irgendwann. Dann sind im Boden jetzt natürlich Bakterien oder kleine Mikroorganismen. Ich habe die mal ein bisschen größer dargestellt. Und die fressen jetzt die getrockneten Blätter auf und erzeugen dabei CO2, Humus und Wasser. Alles ein bisschen einfacher dargestellt, aber die Idee ist ja wichtig. CO2 fliegt irgendwann in die Luft, Wasser versickert irgendwann und Humus? Was ist eigentlich Humus? Humus ist eine Allgemeinbezeichnung für viele verschiedene organische Verbindungen. Zum Beispiel Fulvosäuren und Huminsäuren. Das sind jeweils nicht eine Säure, sondern auch wieder bezeichnet eine Gruppe von verschiedenen Säuren. Ich bin auch kein Chemiker, aber wir schreiben das mal ein bisschen schöner hin. So und das Besondere hier an diesen Säuren ist, dass die Metalle zum Beispiel Eisen binden. Das ist natürlich auch wieder vereinfacht erklärt, aber wie gesagt, Gesamtbild wichtig. Und ja, das gesagt könnte man ja jetzt meinen, jetzt kommt der Regen. Und der schwemmt das Ganze, den ganzen Humus in die Flüsse. Die fließen ins Meer und so verteilt sich das an dem Meer. Das ist leider nur halb richtig. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Wir gehen mal kurz ans Meer. Wir haben hier oben, haben wir unsere Humuspartikel. Und die werden jetzt angeschwemmt und landen dann irgendwann im Meer. Und man sieht schon hier, die sinken alle relativ schnell ab. Die meisten, wie gesagt, rennen relativ schnell ab, sind schon in der Küstennähe abgesunken. Und das erklärt, warum in der Küstennähe auch sehr viel besser die Pflanzen wachsen, weil da einfach viel mehr Eisen vorhanden ist. Es gibt aber trotzdem einige hier, die kommen bis hier hin. Und man könnte jetzt meinen, okay, die bieten ja jetzt hier viel Eisen an. Wir haben aber leider noch ein zweites Problem und zwar ist das die Sonne. Die kommt leider nur 100 Meter tief. Und das heißt, dass alles, was Photosynthese machen muss, nämlich Pflanzen, in tieferen Regionen als 100 Meter überhaupt nicht überleben können. Das heißt, selbst wenn hier Eisenvorräte da sind, da sind überhaupt keine Pflanzen da, die das benutzen können. Da gibt es auch eine nette Untersuchung von einem Professor John Matching aus Alaska. Also die Untersuchung ist aus Alaska. Grüß mir, Snake. Ist ein bisschen viel. Wir beachten nur hier das rote Eisen. Den Rest habe ich nur der Vollständigkeit halber dazu gemacht. Wir sehen hier, die rote Linie hier zeigt, wie viel Eisen bei welcher Tiefe gemessen wurde. Und für uns ist ja hier diese 100 Meter Lichtgrenze ganz wichtig. Deswegen habe ich den mal so grob reingemacht. Und da sehen wir, dass eigentlich fast gar kein Eisen hier bis in die 100 Meter ist. Erst wenn wir tiefer als 100 Meter gehen, dann ist die Eisenmenge plötzlich viel mehr. Mit dieser Info sind wir nicht viel klüger, aber das veranschaulicht einfach nur nochmal die gegenwärtige Situation. Die ursprüngliche Frage bleibt natürlich, wie kommt aber denn jetzt das Eisen ins, ich nenne es mal, offene Meer diesmal? Die Antwort ist der Wind. Der Wind fegt und fegt die kleinen Humuspartikel in die Luft. Im Falle von Japan ist das der sogenannte Westdrift, der da weht. Das ist so eine Art Meeresströmung, nur halt für Wind. Ich wusste es auch nicht. Jedenfalls die Partikel werden dann aufs offene Meer geweht und landen dann irgendwann auch im Meer. Also fallen dann runter. Wir gehen mal kurz ins Meer rein. Und hier sind unsere Humuspartikelchen. Im Buch ist jetzt an der Stelle nur noch von den Fulvosäuren die Rede und deswegen will ich mich mal auf diese einschränken. Ich bin da auch nicht so firm. Die haben hier alle so ein Eisenion dran oder Eisenatom dran und das verhält sich wie ein Ion. Und hier auf der rechten Seite vergrößert dargestellt eine Wasserpflanze hier mit den einzelnen Zellen. So und jetzt kommt hier so ein Humuspartikel runter mit einem Eisenion dran. Das kommt zufällig an die Alge dran und die Alge kann, weil das jetzt so wie ein kleines Fe2 Plus Ion ist, dieses Eisenatom Ion aufnehmen. Und das eben auch im offenen Meer. Und so kommt das Eisen mit dem Humus als Trägermedium ins offene Meer an die Meerespflanzen. Das war es zu diesem Thema bei Fragen oder Anmerkungen oder Kommentaren, was auch Anmerkungen sind. Alle in die Kommentare. Updates zu diesem Video schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.